guten morgen alle zusammen und erneut habe ich hier haferbrei in dieser ausführung hier lecker und hübsch zusammengestellt mit verschiedenen früchten und einen tee solange man krank ist sollte man viel tee trinken und ich bin immer noch angeschlagen und aus diesem grund gibt es jetzt schon kost auch als frühstück und seit sonntag heute haben wir samstag seit sonntag bin ich ziemlich angeschlagen ich habe heute noch ziemlich halsweh husten starken husten und auch schweißausbrüche und mein fieber ist seit zwei tagen runter aber trotzdem noch erhöht und ja ich muss damit jetzt zurecht kommen und schonen und bin auch die ganze zeit jetzt daheim und keine großartigen aktivitäten außer zu hause irgendwas in der küche und ansonsten bin ich im bett liege und schaue fernseher und erhole mich beziehungsweise schon nämlich ich wünsche allen einen schönen samstag das war so ein kleines update was meine gesundheit angeht ansonsten mit mir gerne so ein tee hingestellt mit honig mit verschiedenen zitrus früchten und man möchte etwas gesünder werden oder gesund werden ich wünsche allen einen schönen samstag bleibt gesund und schont euch bis zum nächsten video